Ja und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. Es kamen zwei Wochen keine Folge. Das tut mir wirklich leid. Ich hatte viel zu tun und das mit dem Internet habe ich irgendwie auch noch nicht hinbekommen. Und ja, aber auf jeden Fall nächste Woche werde ich mir das Internet machen. Dann kann auch regelmäßig wieder was kommen. Ja, keine Ahnung. Das ist der Grund. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, heute ist Donnerstag. Ich werde wahrscheinlich die Folge genau am gleichen Tag hochladen. Werde ich auf jeden Fall machen. So, wir sind ja hier in der letzten Folge gestorben. Also jetzt nicht hier da unten, wenn ihr euch an der letzten... Wenn ihr euch erinnert in der letzten Folge. Okay, gut. Gut, gut, gut. Oh mein Gott. Leute, ich habe es geschafft. Wuhu. Und ja, wow. Ich habe es geschafft. Hat jemand zufällig ein Medipack? Das wäre echt geil. Wuhu. Werde ich gleich direkt nehmen. Oh mein Gott. Cool. Aha. Was haben wir hier? Ein 16 Moni? Ja, ein Medipack wäre mir lieber gewesen. Aber egal. Das werde ich jetzt hier erst mal nehmen. Und ich werde auf jeden Fall hier oben speichern. Weil, nee. Ein guter Fortschritt. Und ja. Ich weiß nicht, ob das ein Timerun ist. Deshalb beeile ich mich lieber. Na, kommt schon. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Was zur Hölle. Achso, ich muss mit dem Teil da runter. Na, ich hoffe, ich überlebe das. Das ist immer so eine Sache. Oh mein Gott. Ich habe es überlebt. Ja, gut. Ähm. Ja. Hebel? Irgendwo? Okay, da ist ein Hebel. Alles klar. Ups. Ich guck mich noch mal auf der anderen Seite rum. Vielleicht liegt da ja irgendetwas Nützliches. Weiß man ja nicht. Ach, sieh an. Die kann man auch lang. Was? Okay. Okay, gut, gut. Gut. Hm. Ich sollte wahrscheinlich... Ja, ich beeile mich, glaube ich. Ich weiß ja nicht, was passiert. Okay. Hätte ja sein können, dass irgendjemand... Irgendjemand kommt oder so. Oh, aufpassen. Wow. Noch irgendwo jemand, der plattgefahren werden möchte. Ähm, ja. Wo bist du? Hallo? Oh, du bist ganz in der Nähe. Wo bist du? Wo bist du? Ach so, über mir. Ja, beeil dich mal bitte. Ach, es sind zwei. Hallo. Kommst du mal her? Sehr gut. Ähm. Ich schau mich jetzt erstmal hier um. Okay. Hier scheint aber nichts zu sein. Hier scheint nichts zu sein. Vielleicht da? Nein. Okay. Alles klar. Dann gucke ich doch mal. Hat's was verloren? Ein Medipack wär schön. Er hat gar nichts verloren. Sehr enttäuschend. Wie immer halt, ne? Aber was will man machen? Ist aber auch fies, nur von der Laga. Die raubt die hier aus. Erstmal tötet sie die. Und dann raubt sie die aus. Er hat auch nichts verloren. Was zur Hölle? Hast du denn wenigstens was verloren? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Warum? 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 Achso, von da kam ich. Jo. Laga da wirklich nichts? Ne. Aber ich hab gesehen, da hinten war eine Leiter. Was für ein Deutsch. Aber ich hab gesehen, da hinten war eine Leiter. Ja. Wunderbar. Wie immer halt. So. Aber warte. Ich muss mal gucken, ob der was verloren hat. Hast du was verloren? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Hallo? Warum verlieren die nichts, ey? Und ich kann irgendwie das Schneemobil nicht mehr sehen, ey. Weil schon in der letzten Folge hatten wir das. Und davor die Folgen war auch die ganze Zeit immer das Schneemobil an unserer Seite. Oh, okay. 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 Okay, da ist ein Hebel. Ich immer mit meinem... Okay. Oh, nee. Da ist ja noch einer. Noch ein Vieh. So. Ich geh jetzt erstmal hier hin. Vielleicht liegt hier ja was Schönes. Haha. Haha. Eine wunderschöne Aussicht. Auf jeden Fall. Jo. Jo, jo. Ne, hier liegt nichts. Ob da hinten was liegt, ich hab keine Ahnung. Von hier aus wird sie eh nicht dahin kommen. Geh ich mal wieder zurück. Geh ich mal wieder zurück. Und spring bitte. Huiyoi. Huioi. Ui. Dä, 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 dä. Kommt hier was? Ich hoffe es nicht. Ich schau mich erstmal hier um. Vielleicht liegt hier irgendetwas. Nö. Also hier nicht. Also hier wahrscheinlich auch nicht, aber ich gucke trotzdem mal. Vielleicht liegt ja irgendwo ein Schlüssel. Aber nee. Nix da. Nix da, nix da. Und... Da wären wir schon wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Timerun ist. Weiß man nie so genau. Deshalb schnell da, wa? Schnell da reinfahren. Drehen und drauf. Anna. Ach du Scheiße. Was? Oha. Okay. Das ist krass. Krass. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Wo auch immer der ist, wahrscheinlich irgendwo hier drin. Ist das der Schlüssel? Das wäre ja... Krass einfach, wenn das der Schlüssel jetzt ist. Er ist es. Ich dachte, man könnte hier irgendwie was verschieben oder so. Nö. Die sehen alle nicht bewegbar aus. Nö. Nö. Nö, nö. Nö, nö. Dann... War das... Sehr einfach. Wobei... Irgendwas kommt doch, wenn ich da jetzt... Äh... Was mache am Schloss. Mir ist aufgefallen, keine Flammenwerfertypen sind bisher gekommen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, Mann. Oh, Leute. Ich habe so das Gefühl... Ich muss jetzt wieder... Wie in der letzten Folge halt, ne? Nee. Ich glaube, ich speichere da mal. Oh, Gott. Ich habe so eine schlechte Ahnung. Bestimmt muss ich wieder jetzt mit meinem Schneemobil rumschießen. Obwohl, das kann gar nicht schießen. Ähm, was war das denn gerade? Ähm, hallo? 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 Wow. Gross. Aunch. Das hat weh. Oh, nein. Oh, nein. Muss ich jetzt ohne dem... Oh, nein. Oh, nein. Warum? Oha, wie weit geht es denn da runter, bitte? Achso, ich würde schon sagen, er muss da so runterspringen. Aber da ist eine Leiter, zum Glück. Okay. Achso, andere Hintergrundmusik. Oha, krass. Was ist das für ein Level? Wo muss ich denn jetzt hier runter? Okay, das war wieder ein Handy. Also mein Handy, nicht ein Handy. Okay. Es geht los. Oh, ich mag das voll. Okay, das nicht, aber... Soundeffekte, ich mag die voll. Ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen, was zur Hölle? Leute, kriegt ihr auch immer so Fake-Anfragen in Facebook? Also, immer ich, äh. Was heißt immer ich? Es kriegen noch andere, aber... In letzter Zeit kriegt man ständig so viele, äh. Das ist doch doof. Ähm, ja. Leute, das Custom-Level ist doch lange nicht vorbei. Ich weiß, ich sage das in jeder Folge. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss das in jeder Folge sagen. Weil ich in letzter Zeit so wenig aufnehme. Ähm, gehst mal bitte hier hoch. Oh, danke. Ich hoffe, es ist kein Timerun. Oh, beeil dich. Beeil dich bitte, Lara. Jawohl, doch. Ach, Lara. Immer diese Sache mit dir. Das ist echt... Zum Mäuse melken, sage ich nur. Gehst du mal bitte hoch? Hallo? Oh. Oh nein. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Ja, war klar, dass die jetzt hierher kommen. Okay. Alles klar. Das war aber nicht sehr nett. Was habe ich denn zuletzt gespeichert? Ja, gut, hier. Ja, keine Ahnung. Ich glaube... Ne, ich mache noch ein bisschen weiter. Ich wollte gerade sagen, die Folge werden, aber... Ich mache noch ein bisschen weiter. Oh, Mann. Oh, Vorsicht. So. Da werden wir auch schon wieder. Gut. Dann muss ich das jetzt mal ein bisschen anders machen. Da könnt ihr mal sehen. Von diesen Typen, da geht die Position immer so... Straßen schnell weg, ey. Das ist so gemein. So. Ich kann dann direkt bestimmt so machen, oder? Oh, fuck. Nee. Oh, das ist doch kacke. Jetzt habe ich wieder so wenig Energie, ey. Na gut. Mal gucken, ob ich das so schaffe, aber... Das schaffe ich nie im Leben mit so wenig Energie, ey. Ich bin ja eben schon, äh, mit... ...der halben Energie, die ich hatte, gestorben, ey. So. Andere Waffe. Ey, ich will den Granatwerfer haben. So. Gucken. Oh, Spaß. Spaß, du. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Okay, ich hab's geschafft. Aber ich hab... Ja. Was ist mit der Tür los? Ich hab viel Energie verloren. Und das auch nur, weil ich runtergefallen bin. Aha. Bitte. Oh, Ozymoni, ja, schön, aber Medipack, bitte. Aha. Yay, Medipack. Das werde ich auf jeden Fall direkt benutzen. Obwohl, ich weiß ja nicht, äh, wann das Level vorbei ist. Also, der kalte Krieg hier. Ich guck einfach mal, bevor ich ein Medipack verschwende. Mama. Okay, es ist nur lange nicht vorbei. Oh, Gott. Nee, das schaff ich nicht. Leute, das schaff ich nicht. Nee, ich mach das in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020